Spannende Musik Mal sehen Jetzt sind wir, glaube ich, am Ziel angelangt Ja, hallo Da ist der, der Jung Warum ist es hier nachts? Ach du Scheiße, ich habe Angst im Dunkeln Na, ich vergesse nicht mal diese Knöpfe Wo sind denn unsere Freunde hier? Kannst du mir das sagen, Lydia, wo sind die hin? Ich glaube, die sind drin, ne? Die mussten, glaube ich, hier rein Genau, Kf-Spitze So Das wird auch das erste Video sein, wo das Outro mit dabei hängt Mit der... Ja, das Outro mit dabei hängt Am Ende des Videos Das sieht ja schön aus, ne? Der Typ Ist nichts Äh, haben wir den geplündert? Nöö Ziegenbein Keinen Bock auf Wein Ich hatte Lust eher auf was anderes So Wo sind die anderen verschwunden? Hm Durchsuchen Was ist das, was drin? Salz Brauchen wir nicht Mit Ruhe Gold Alles in zwei Reds Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben Ja, das Outro ist fertig Welt, wo ich ein bisschen aufpasse Und hoffentlich, dass nicht gesperrt wird Ich weiß nicht Wenn die jetzt meine... Mein Profilbild sehen und so Vielleicht, dass sie denken Das ist wieder dasselbe Spammer Ich hoffe nicht Bei Instagram wird auch was folgen Ab und zu mal Ein paar Fotos oder so Von meiner Gaming Superstation hier So, was muss ich jetzt machen, ja? Ja, und dann Ja, Facebook haben wir ja die Seite angerichtet Ja Ihr könnt ja mal vorbeischauen Ist ja noch nicht so viel drauf Aber Würde mich freuen, wenn er trotzdem mal vorbeischaut Und vielleicht Auch den einen oder anderen Tippen mir gibt Was vielleicht noch machen kann Ja, toll Das leuchtet hier irgendwie Wer weiß, was ich machen muss Ja, das ist es Das Symbol auf der linken Säule Das Symbol auf der linken Säule muss ich machen Angesichts der Tatsache, dass der Tempel der Himmelszuflucht ging Der des Drachenbluts versiegelt wurde Würde ich alle Säulen auf die So, dann machen wir mal hier die Dinger weg Ja, dann hört auf, sie falsch und kommt mit Oh, hier gibt es wieder diese Symbole Oh Mann, oh Mann Oi, 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 oi Ja, bleibt da stehen Genau, richtig Bleibt da stehen Wie ruhig der da labern kann, ne Die werden gebraten wie so ein Hähnchen Und da machen die nichts Echte Ja, ja, streck dich mal Als ob du jetzt bei mir quitt bist und trainierst Ah, man muss auf diese Bulle treten Falsches Symbol Toll Nee, das sollst du nicht machen Du sollst dir Magie machen Warum macht er das nicht? Wir gehen hinüber Ja, geh mal hinüber Geh mal Also, das Symbol war falsch Also, dieses Fall auch nicht Ja, welches Symbol ist jetzt richtig Verdammt Wir gehen hinüber Ja, da ist er hin Wir gehen hinüber Ja, wir gehen mal hinüber So Und jetzt müssen wir so Ah, toll Ja, ich hab vergessen zu speichern, meine Freunde Kein Problem Jetzt speichern wir mal So Jetzt speichern ich mich schon hier mal ab Oder nach dem Rätsel besser gesagt So, jetzt machen wir die Symbole Ja, da sind Akaviri-Symbol Ja, laber mich voll Mal sehen Ihr habt das Symbol für König? Ja, ja, ja Das Rätsel hab ich gelöst So Zuberschreiben, warum haben wir diesen Scheiß nicht mehr zu machen So Und weiter geht's Die Frage ist hier, wie das wir die Symbolen hier auf sich hat So, auf jeden Fall wechseln wir jetzt auf Magie Auf Wiederherstellung Aber Solange du da drauf stehst So, diese Symbole sind falsch Ja, lauf, lauf Wartet Warum hört ihr auf? Wir sollten hier vorsichtig sein Hier diese Symbole am Boden Hm, S-Bern hat recht Das sieht aus wie Druckplattenschalter Wir gehen hinüber Sobald es sicher ist Der eine ist müde Beide vorsichtig Aha Da heißt es natürlich dann springen auf dieses Symbol Oh, schön Und jetzt? Viel Spaß beim Springen Wir gehen hinüber Sobald es sicher ist Sobald es sicher ist Hast du gut gemacht Du Intelligenz-Bestie Beide vorsichtig Ja, ne, lass Sei vorsichtig Sei vorsichtig Und du läufst weiter Und ballerst uns hier kaputt Das hat wir getan Sobald es sicher ist So Schnauze So, und jetzt haben wir Da und da Ach, ein Huskerl ist blöd Ach du Scheiße Was hab ich gemacht Ja Wo bin ich da gesprungen jetzt? Ja, Leute Es läuft heute Wie mit Fels Da habt ihr wenigstens was zu lachen Wir gehen hinüber Sobald es sicher ist Ja, lass mich doch durch So wie du Aber warum schießt der jetzt auf mich? Wir gehen hinüber Sobald es sicher ist Ist doch richtig Das ist ein Symbol oder nicht Seid vorsichtig Glaube ich jetzt nicht mehr Verstehe ich jetzt nicht Ohne das Symbol Das ist falsch Das ändert sich wahrscheinlich So Dann müssen wir Wir gehen hinüber Sobald es sicher ist Oder steht da irgendwann ein Symbol? Nein, ne? Aha Warum ist eigentlich der doof, ey? Hinüber Und jetzt da, ne? Das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Es läuft Aber jetzt wenigstens Wissen wir den Trick Wir haben oft genug Dafür verreckt So, jetzt ist dieses Symbol Dran Jetzt machen wir wieder Magie drauf Damit wir nicht Wieder verrecken Hoffe ich mal Das ist es nicht Das ist es nicht Wir gehen hinüber Au, 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 au Guck mal, die steht auf dem falschen Symbol Das war schon alles Mehr habt ihr nicht drauf Da ist wieder so eine Brücke Aber Wie soll man sie aktivieren? Wie soll man sie aktivieren? Gehen hinüber Sobald es sicher ist Was? Bein vorsichtig Was? Hm Das ist eine Brücke hier Oder was muss ich jetzt machen? Ja, tatsächlich Aber hier gibt es ja keine Sollen mehr Zerstörung Hm Das hat auch nichts gebracht Langsam gehst du auf die Eier Lydia Ja, ja So, das ist es nicht Ich weiß nicht Vielleicht hat das mit den Dings zu tun Ah, okay, oh Äh, Wiederherstellung Gucken, ob es das ist Das ist auch nicht Zweites Symbol Gut, dass du mich vorbei lässt Die zweite Brücke muss man auch irgendwie Komisch Lässt dich nicht mehr zurück aktivieren Und jetzt? Ja Gucke mal im Journal Vielleicht ist da ein Tipp Hier kann man nicht nach oben Ja, Leute Ich werde Oh Komm ich nicht mehr raus hier, oder was? So Ich werde den Part beenden Und mich kurz, äh Kundisch machen Was ich machen muss Hier Gleich Damit es nicht langweilig wird, ne? Bis später Bis zum nächsten Part Vielen Dank fürs Zuschauen Schaut gerne abend mit teuer schlüssigem Geschehen Mit Argonon Display Tschüss meine Freunde Musik Musik away Musik E Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017